Yo Leute, willkommen zu meinem Video und ich wollte nur kurz sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte Feedback da, weil, wie ihr hier gerade seht, es war wieder sehr viel Arbeit und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video. Ist da irgendwo einer? Ist der oben auf dem Dach? Nicht oben auf dem Baum? Ach, da vorne ist einer, ja hallo. Na? Schönen Tag gehabt? Alles klar, das ist ein Geiztals, glaube ich. Warum soll ich das gehen? Ist der down? Oder hat er sich gerettet? Der müsste down sein. Nee, er hat eine Endepäde gehabt. Oh lol. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh fuck, oh. Hat doch noch geklappt. Ich dachte, der würde mich jetzt killen, aber er war scheinbar so lowlife. Lowlife durch den Sturz. Oh Gott, was soll ich sagen? Fuck! Hilfe! Scheiße. Aber ich finde ja, die Map... Die Map hier als Krim ist wie gemacht für das Elemental. Wenn man richtig treffen würde und nicht so wie... Ich hätte nicht gedacht, dass das nicht funktioniert. Okay. Lol. Kann ich das denn aufhören? Was? Alles klar, bester Kill. Und Zeit runter. Weißt du, dass ich hier bin? Ich glaube nicht. Ja, ich warte noch eben, bis ich voll gerackt bin. Dann... Wie ich rein. Oh, der ist schon wieder woanders. Ai! Oh, der hat mir echt was. Okay, das war jetzt schon der zweite komische Kill dieser Runde. Was ist hier jetzt los? Die Typen wollen sich alle irgendwie nicht wehren. Ah, hi! Hallo! Ups, wollte ich da nicht machen. Vielleicht noch ein Goldopfer essen. Aber ich hab ja noch, ne? Bro. Fuck. Fuck, der hat Feierlis. Das ist jetzt. Ja, er hat's ja kackt. Nein. Ja. Und weg, 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 weg. Das Wasser. Ich glaube, das fällt eh nicht runter, ne? Doch. Kommt der noch an? Ja, er kommt noch an. Ich habe jetzt selber Wasser runter. Geh runter. Oh, scheiße. Gott, nein! Oh, ich kann irgendwie easy von der Runde kümmern. Er hätte jetzt hochschwimmen können und einfach das Wasser wegmachen können. Oh, das war schon der letzte? Ja, geil. GG. War eine komische Runde. Aber ich habe gewonnen, das muss reichen. So, wir spielen zur Abwechslung mal wieder mit dem Zauberer-Kit. Und ich würde sagen, das hat sich mal gelohnt. Direkt. 3 Dias bekommen. Äh, genau 3. Genau. Die Zahl bedeutet 3. Da lasse ich mir nicht reinreden. Das bedeutet 3. Ja, geil. Jetzt habe ich 7 Dias bekommen, aber kein Holz. Das ist das Abbau-Näs, ja. Kein Service hier. Kein Service auf Gomme. So wirklich. Schwer mich da. Liebes-Gomme-HD.net-Team. Wie kann es sein, dass ich als extrem bekannter YouTuber in Skywars Holz abbauen muss, um mir ein Liga-Schwert zu grafen? Das ist definitiv unter meiner Hürde. Euer Schritt. Oh Gott, da kommt einer. Ah, das könnte ich taubern. Er hat es ausgerüstet. Ja, ich hoffe es. Ja, da ist er. Und weg mit dir! Geil! Geil! Ich habe mich einfach überhaupt nicht kommen sehen. Reiner? Geht's dir gut auf? Ja, alles super! Ich habe auch einen, guck mal. Boah, cool! Boah, willst du oben jetzt noch ein bisschen bleiben? Oder? Ja, ja! Ja, 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 gut, dann gehe ich mal, ne? Man sieht's! Ja, tschüss! Guck, ich bin so traurig. Du hast es so gewollt! Hi, du, ne? Wow! 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 Wow, was? Alles klar? Oh Gott, da kommt einer. Hallo! Guck, die sind alle so unhöflich geworden aufkommen. Ich weiß, dass du da bist. Ist mir schon klar. Scheiße. Ja, als ob ich ihn runtergeschlagen hätte. Als ob. Ja, nice! Das hat man davon, wenn man sich so früh in der Runde anschleicht. So wirklich. Kein Anstand, der Junge. Kein Anstand. Später in dieser Runde. Fuck, hat nicht geklappt. Na! Das war jetzt noch nicht ganz so geil. Oh, guck mal. Noch eine weitere Renderperle. Noch eine weitere Renderperle. Super! Oder geht schon allen in die Mitte? Oder? Man muss sich da schon hinbauen. Das reicht nicht, wenn man das von der Insel auswirkt. Das habe ich früher schon oft genug probiert. Autsch, hätte ich ihn vielleicht ein bisschen früher hinwerfen können. Dann hätte ich keinen Schaden bekommen. Aber gut, was willst du machen? Hier ist einer. Ist er genau da oben. Ich glaube, er ist abgebaut. Och nein, wie sagt der? Das ist ein Kaninchen. Wie sagt der, so gut ist der Quip? Ja, genau. Der hat... Noll, was? Da sind zwei? Was? Hä? Hilfe! Was? Okay, das war jetzt ganz ein bisschen komisch. Ich habe mich extra eingebaut, weil ich wusste, dass der so ein Hasenfoto hat. Noll, jetzt habe ich... Was? Was, da ist noch einer? Ja, come on! Was soll das denn? Alter! Der hat mir hinten, der hat es auch nicht. Oh! Ach, da ist er nicht. Ich komme runter zu ihm oder auch nicht. Der ist tot. Nice. Na, wie geht es dir so? Geht es dir gut? Sieht mir zu bescheuert. Sollte ich was in Tumor uns weglassen? Ich kann es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht. Okay, der ist jetzt ein bisschen sehr nah dran. Zwei mag an sich nicht retten. GG. Dann baue ich mir einfach mal drüber. Ach ja. Zeit, Rafa! Nein, das ist der letzte. Nein, das ist der letzte. Der leckt ganz schön. Ich weiß nicht, soll ich den John Cena? Alles klar, ist runtergefallen. Ja, dann kommt jetzt zu ihm. GG, bester Kill. Yo Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wie ihr hier seht, war das mal wieder mega viel Arbeit. So wie das letzte Minecraft Video auch. Von daher hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Falls ja, dann lasst doch mal ein Like da. Lasst ein Abo da. Und lasst von mir sagen, komm wieder. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.